Dann versuchen wir mal den Forstons. Ah, hier sind auch die Kameras noch zerstörbar. Der Trick ist jetzt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich unentdeckt bleibe. Vlad is nuts. Vlad is nütze. So, schauen wir mal. Also, hier in dem Peer Store ist immer eine Wache drin und in dem China Store. Das ist immer noch recht windig. So, da ist eine Kamera. Da ist auch eine Kamera. So, dann locken wir mal. 15.000. Das ist eigentlich der Hals, der am schnellsten durchgeht. Schöner Gesang, ne? Woher ist das? Das 이� koche. So, das ist wirklich gut. Das ist eine der Schönerne. Woher ist das? Das ist so gut. Aber das hat sich schon funktioniert. Yo, glitsch in den Boden rein. Okay. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Ich muss mal eben Schönen rufen. Irgendwie kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich da immer hingucke. Aber ich kann es nicht lassen. Ist wie ein Autounfall. Man will nicht hingucken, man kann nicht anders. Ich kann es 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 nicht anders machen. Ich kann es nicht anders machen. Ich kann es nicht anders machen. Ich muss sagen, die Kamera sieht aber eigentlich von vorne anders aus. Vor allem wenn man so zoomt, wie klein die Knarre einfach im Vergleich, wie klein die Hände im Vergleich zur Kamera sind. Tja, hat mir einfach mal keiner gesehen. Obens. 4Stores auch erledigt für YouTube. So, das war der Job. 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 Bank haben wir. Man kann es auch den. Alles war heiß. 5 Minuten haben wir noch. Komm, versuchen wir mal kurz den Alles war jetzt noch schnell. One Nation Undertaker.